Na gut, den könnten wir ja dann hier so in Simmon. Weiß ich aber noch nicht. Müsste man da mal gucken. Aber auf jeden Fall müsste ich bei Täter da mal anfangen, weil dem fehlt ja irgendwie die Hälfte seiner Gliedmaßung. Das ist ja so gar nicht schön. Du machst jetzt Bio-Regeneration. Das machen wir da auf jeden Fall mal. Und dann werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall kritisch. Wie lange braucht der für das Bauen von Bauteilen? Er hat jetzt 22. Reicht dann? Ja, das reicht dicke. So, wie ist denn mit Essen? Ach, du Heiland. Na gut, das sieht wahrscheinlich nur so wenig aus, weil der Raum so groß ist. Also, ich hoffe, dass mal bin ständig. Warte, jetzt mal... Ach nee, der macht ja jetzt das. Der macht ja keine Kunst mehr. Kunst ist aus. Oh, so haben wir jetzt angefangen, die Klamotten in das Lager zu tragen. Das ist schon mal schön. Irgendwer muss auch Medizin hergestellt haben. Ah, eventuell kommt da noch mal ein Händler rum. Das wäre natürlich auch ein Traum. Ne, die Regale reichen nicht. Ach, was ist denn das für ein Quatsch, Alter? So, mach das mal, das mal, das mal, das mal. Und können wir dann hier die Einstellung kopieren, bitte? Und auf das übertragen, das wäre ein Traum. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich noch? Oh, das ist auch nicht mehr so viel. Befehle. Wir machen Holz. Und Holz. Und Holz. Da ist noch mehr Holz. Da ist noch mehr Holz. Leckst das alles weg? Oh, ich habe das Ding auch abgerissen. Oh, der Ambrosia-Busch ist bereit. Haben wir den jetzt? Achso, ja, das kann ich auch noch fünfmal fragen. Dafür wird es auch nicht besser, ne? Wir starten vielleicht einfach mal. Ja. Einfach machen. Hat vielleicht dann am Ende einen sinnvollen Effekt, wer weiß. Bin mir da zwar nicht so schlüssig, aber meisterhaft sogar. Was heißt meisterhaft? Mhm, mhm, mhm. Ja. Ist. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie weit sind wir denn da jetzt? Ah. Ah, die ist jetzt. Ist die jetzt, oder was? Haben wir die jetzt? Haben wir die jetzt, äh. Ah, okay. Wir sind, wir sind recht nah dran. Na, das ist ja schon mal schön. Wenn wir recht nah dran sind. Dann holt die vielleicht doch nicht mehr rum, wenn ich Steine abbaue. Er produziert nur noch Bauteile. Wir sind bei 23. Das wird, es ist nicht schnell, ne? Das muss ich ja mal zugeben. Schnell ist es jetzt nicht. Und die zwei Schränke, die ich da hingestellt habe, machen es auch nicht besser. Ah, gut, der macht halt auch relativ viel. Irgendwie ist der, glaube ich, auch für Medizinherstellung zuständig, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, gut, da haben wir jetzt 51. Ich glaube, das geht nur bis 50. Und ansonsten soll er den Rest ja auch lassen. Er soll ja nur Handwerk machen. Ach, der sortiert das auch gleich ein. Das ist ja super nett. Der macht das aus Stahl. Ja, gut, Stahl ist ja reichlich da. Gibt es ja auch noch ein paar Quellen. Wir könnten auch das Ding zum Einschmelzen bauen. Da liegt Holz. Ah, Holz hat Platte abgebaut. Okay, der soll forschen. Der soll nicht irgendwie Feldarbeit betreiben. Ich hätte gern, dass dem Täter seine Ohren nachwachsen. Irgendwie klang das wie ein Stromausfall. Wir kommen dann wieder auf 30 Bauteile. Ich sollte dem da hinten vielleicht irgendwas hinstellen, damit er essen kann. Ein Kultflüchtling, was macht denn der? Was ist denn dem seine Funktion? Habgierig, verstörend. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Mensch, der von abscheulichen Ideen besessen zu sein scheint. Ein Gespräch mit ihm ist oft beunruhigend. Oh ja, toll. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Dunklen Architek, ein Leichnam in eine abscheuliche Fleischbestie zu verwandeln. Die Fleischbestie wird alle Menschen gegenüber feindselig sein. Auch demjenigen, der sie erschaffen hat, wirkt seit zwei Sekunden. Eine Abklingzeit, eine Stunde. Intellekt, Kunst, Tiere, Handwerk. Nahkampf. Ja, immer mehr Nahkampf. Das ist total wichtig. Ne, ich weiß nicht, ob ich den will. Ich habe, glaube ich, auch gar keinen Schlafplatz. Oh doch, da habe ich einen frei. Okay, das würde theoretisch gehen. Wann ist eigentlich Elsa mal endlich erwachsen? Ach, das dauert auch noch ein bisschen. Okay. Wer ist denn jetzt hier die Schwarztante? Komm mal her, wo ist denn der Typ? Der rennt da vorne rum. Warum läufst du denn zumindest nicht mal ins Lager? Was ist denn das für ein Quatsch? Komm mal her, wir reden mal mit dem. Ja. Wegschicken. Oh. Das ist ja super. Können wir da vielleicht mal... Können wir da vielleicht mal alle rausholen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut fände, wenn da ein paar mehr kämen, aber... Mein Gott, dass der sich jetzt als feindselig darstellt, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Jetzt schafft er gleich bestimmt eine Fleischbestie, pass mal auf. Ne, er zündet mein Lager an. Gut. Können wir Feuer löschen. Und du kannst dich ausruhen. Das ist alles nur, weil ich den nicht wollte. Weil ich fand, dass deiner Maggi riecht. Na ja, komm her, bring den weg. Ah, der Großhändler kommt. Äh, da könnte ich ein Neuraschiss kaufen und vielleicht ein paar Klamotten... ...verkaufen. Warum liegt denn da eine Hose rum? Äh. Ja, das kannst du mal wegtragen. Und jetzt brauchen wir sie. Und dann handelst du mit dem. Ah. Und so ein Denkmal. Mach ich bald. Mach Denkmäler. Äh. Hier, wir verkaufen erst mal Ledo. Hier kannst du das Meerschweinchenfell verkaufen. Ich wollte eigentlich Klamotten verkaufen. Das war eigentlich mein großer Plan. Hier, da ist ja die Mütze die ganze haben. Das will ja keiner. Haben wir... Ne, Bier haben wir keins. Hier, schlechte Hosen. Da kannst du alles mitnehmen. Hier, ein schlechtes Hemd. Nimm mit. Es ist, ähm... Ach, das war's schon, oder? Es ist beeindruckend. Ich hab so viele Klamotten. Das kann doch nicht sein, dass das alles ist, was ich da... Ich sollte da anfangen, was zu verkaufen von vielleicht. Hier, komm her. Mach auch die weg. Hier, die komische kannst du auch wegmachen. Keine Ahnung, für was das taugt. Ich hab doch einen... Ich hab doch einen... Ach nee, Techplant, Giftsyntese. Äh... Ich könnte mein Benzin verkaufen. Aber wobei, ich bin jetzt schon über dem... Ich müsste irgendwas kaufen sogar. Ah ja, ich wollte hier auch was kaufen. Ich wollte das hier kaufen. Das wollte ich kaufen. Hier, kannst du das Benzin haben. Das brauche ich gerade aktuell sowieso nicht. Und wenn, dann habe ich ja eine Bio-Raffinerie, die ich bauen kann. Ich würde sagen, das ist ein guter... Ein guter Deal. Dann nimmst du noch das Wolfsfell. Und vielleicht die Kamelhaut. Und dann akzeptieren wir das Ganze. Und dann gibt das immerhin ein bisschen Geld und auch ein bisschen Zeugs. Den haben wir jetzt auch verbrannt, den Typ. Der kann jetzt nicht irgendwie anfangen und kann hier... Nein, der kann keine heißen Gegenstände in meiner... Ich wollte die Bio-Raffinerie bauen. Die können wir eigentlich auch hier reinstellen. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch, dass man das macht. Das ist schon korrekt, aber... Irgendwer hat Hunger. Er hat einen Hunger. Ach sie. Na ja, dann... Mach das mal hier. Weiß ja nicht, warum das keiner macht. Warum ist denn der Arzt da so läppisch unterwegs? Prima, also alles erledigt. So, das nächste, was hier gebaut wird, ist eine... Ein Arzneischrank, den legen wir da hin. Dann machen wir die Lager-Einstellungen sofort. Und da kommt die Medizin rein. Ich weiß nicht, muss Glitzer-Weltmedizin auch kühl gelagert werden? Das ist eine Sache, die kann ich nicht so richtig sagen. Ne. Okay, die könnten wir dann auch da reinlegen. Aber lassen wir das erst mal so machen. Das wäre insgesamt ein ganzer Traum. Gut, dann... Oh, die Bio-Raffinerie ist auch fertig. Das ist super. Dann können wir ja hier ein bisschen... Abwasser durch Sprit verarbeiten. Bist du... Keine Ahnung. Machst du mal 100. Irgendwer wird das schon tun. So ein Denkmal. Ich soll was Subtiles bauen. Ich muss es ja auch verteidigen, ne? Ich könnte das für Ruf machen. Das ist richtig. Ah, was brauche ich denn da? Gliebige Ressourcen. 250 Steine. Läuft in drei Tagen erst ab. Wer hat denn jetzt noch kaputte Kleidung? Was ist denn als Elsa wieder als kaputte Kleidung? Eine harmonische Fire ist möglich. Zum Ortspringen. Moment. Ich wollte mal gerade gucken. Kann ich die hier starten? Oder ist das so ein Ding, was man draußen macht? Eigentlich. Start harmonische Fire. Das ist doch das, wo sie das Holzzeug da loslassen, ne? Also wo sie da die Dinger bauen aus Holz und das dann... Das Ding müssten wir vielleicht auch mal an einen schöneren Platz stellen. Ich glaube, das wäre ganz klug. Wunderschön. Prima. Naja, ich wollte gucken, was hier kaputt ist. Sim, 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 sim. Die Kinderhose ist hinüber. Aufgaben. Kinderhose. Dann haben wir noch Kati. Da ist was kaputt. Was ist denn bei der kaputt? Die Scherpe aus Stoff. Das muss ich auf jeden Fall hinzufügen. Die kann eine Scherpe herstellen. Was ist bei der noch kaputt? Ist da vielleicht noch mehr im Eimer? Ne, das ist nur die Scherpe. Beim Täter ist es immer noch die Schutzrüstung, ne? Ja, die Schutzweste. Okay. Und der Rest geht noch, wobei der Mundschutz auch schon langsam aber sicher einen Geist aufgibt. Kannst du das vielleicht mal wegtragen? Hat er schön einsortiert. Kannst du noch weiter wegtragen. Gibt ja noch mehr Klamotten. Prima. Das hat er auch gemacht. Ich bin, ich bin ganz stolz. Hier unser Waffenlager. Da läuft, da läuft es steil. Hier werden weitere Bauteile hergestellt. Wir sind erst bei 25. Das dauert ewig, bis der bei 50 ankommt. Vor allen Dingen, wenn ich dann zwischendurch ja noch was bauen sollte. Ah, da ist irgendwas geschlachtet worden. Ich habe keine. Ah, die haben die Tiere verwertet. Okay. Ja, dann. Werde ich nochmal für Ernten. Ich stelle mir weitere Fragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Zeug zum Anbauen hier. Ich weiß es aber nicht genau. Wie viel Platz ist denn dazwischen? Ich glaube zwei, ne? Oder? Wir machen mal eine Zone. Ja, da sind zwei. Und dann waren es, weiß ich gar nicht, was waren das? Zehn auf zehn? Wie groß habe ich denn die Zonen gemacht? Ja, zehn auf zehn. So, zehn auf zehn. Und dann weiß ich auch nicht, was pflanzen man an? Äh, Kartoffel. Wir könnten Heugras machen. Ja, das ist super. Wir könnten eine Hopfenpflanze. Rauchblatt. Äh, weiß ich nicht. Wir machen mal eine Erdbeerpflanze. Komm her. Ja, das kannst du ernten. Und das kannst du auch ernten. Das kannst du auch ernten. Das auch. Und dann freuen wir uns alle. Also gut, das mit den Bauteilen, das wird ein never-ending Gerät. Da werden wir nie fertig. Nie, nie. Muss das kühl gelagert werden? Nee, glaube ich auch nicht, ne? Gibt es da einen Schrank für? Wir hätten auf jeden Fall einen Fleischhaken. Was können wir denn mit den Körben machen? Bausatz von Körben aus Stoff, in denen verschiedene Taschen lassen, sich mühelos große Mengen an verschiedenen Kleinigkeiten verstauen. Hier haben wir eine Palette. Eine flache Palette zum Lagern von Gegenständen. Schützt nicht gegen Umwelteinflüsse. Manchmal schwierig zu handhaben, aber dennoch nützlich. Eine Absetzmulde. Oh, was ist denn da? Was? 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 Mesh Cluster mit aktivem Giftspeier. Ach, du Heiland. Ähm. Ja, was hast du? Du bist die mit den Dingern hier, ne? Du gehst jetzt mal los, pass mal auf. Äh. Und bewaffnest dich mit der EMP-Granate. So. Ja, ja. Ich weiß schon. Wo sind die Quest? Hier, der ist da. Äh. Karawane schicken. Akzeptieren. Ja, alle. Alle bis auf der Hund. Entsenden. Ja, ja. Ich möchte gerne, dass du das entsendest. Ja, ja. Ich weiß. Das geht jetzt alles ein durchs Gift. Das ist mir klar. Junge, was macht ihr? Warum lauft ihr da so sinnlos rum? Sieht zu, dass ihr loskommt. Wir haben keine Zeit. Hier, wir können auf der Weltkarte unsere Reise verfolgen. Wir sind schon gleich da. So. Reinzoomen. Ich gehe davon aus, er steht da. Oh Gott, da gibt es einen Turm. Ich hasse Turm. Was ist denn der Giftspeier? Eine Mac-Fabrik? Eine Mac-Fabrik. Ernährungsaktivator. Ein Auto-Inferno-Turm. Der hat eine Reichweite, die ist kolossal. Pass mal auf. Ich speicher das. Äh. Auf Test 2. Ne, Test. Wo sind wir rausgekommen? Wo stehen wir? Hallo? Ah, da unten. Ich bin, ich bin einfach erstmal interessiert, was passiert, wenn ich jetzt da rein renne. Okay, es sind zwei Türme. Und das ist eigentlich das Kernproblem, dass es zwei Türme gibt. Ich mach jetzt einfach mal so. Einfach machen. Kann ja eigentlich nur schief gehen. Oh. Kann nicht nur schief gehen. Geht sogar schief. War vielleicht ein bisschen optimistisch zu glauben, dass ich da mit Nahkämpfern hingehen sollte. Wir werden das kurz nochmal pausieren. Oh nein, die hat sich aber die mit den MP-Granaten gar nicht ausgerüstet. Die... Oh. Das ist ja super gelaufen. So, pass mal auf. Hier, stellt euch mal hier hin. Ach, das ist doch richtig beschissen, dass die sich da nicht mit ausgerüstet hat. Das ist ja super gelaufen. So, komm mal hier hin. Da ist der Gift-Spreader. Ja, ich hab das Mechglas rausgelöscht. Das ist schon richtig. Aber warte. Hier zwei auf keinen Fall. Okay, der Gift-Spreader ist auch zerstört. So, jetzt können wir erstmal... Jetzt können wir erstmal Mechthot dafür... Kannst du den vielleicht behandeln? Kannst du den vielleicht behandeln? Nee, gut, geht nicht. Nee, gut, geht nicht. Alles klar. Okay, jetzt Täter. Du nimmst die Bauteile auf, bitte. Und... Äh, Plaststahl. Äh, Plaststahl. Ja, wenn geht alles. Okay, kannst du auch noch das? Nee, das kannst du nicht. Okay, dann macht sie das. Warte, äh, wie viel geht denn? Kannst du 30 aufheben? Gut. Dann kann Ivia den Rest aufheben. Okay, die kann noch 29 aufheben. Dann holt Mechthot den einen Stahl noch. Was haben wir hier? Da kannst du den Plaststahl aufheben. Das Bauteil. Den Plaststahl. Das Bauteil. Den Plaststahl. Und den Stahl. Oh, jetzt pennen die alle. Das ist ja schön, dass die alle pennen. Finde ich gut. Das ist eine tolle Sache. Gut, das hätten wir... Das hätte ich geschafft. Das war schon mal ganz, ganz fantastisch, dass ich das geschafft habe. Gut. Das war schon mal ganz, ganz fantastisch. 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 Ich bin ein bisschen. Das war schon mal ganz, ganz fantastisch. Untertitelung des ZDF, 2020